Hey und willkommen hier zu einem neuen Let's Play hier mit unserer Glee-WG. Ich bin Daniel von simfans.de. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Hier in Mother's White and Wood geht's heute weiter mit unserer Family. Unsere kleine Nova, die ist in der Schule und alle kommen irgendwie zu spät zur Arbeit. Was ist mit euch los hier? Ernsthaft mal? Ihr müsst mal hier zur Arbeit gehen. Wie wär's? Urlaub ist vorbei. Ich muss schon wieder hier sparen. Ja, sparen üben. Ja, wer früh spart, der hat später mehr hier. Mehr Muckis. So, ja, anscheinend hat Nova Probleme in Mathematik. Oh, sie kommt nicht über die 1 hinaus. Glückwunsch. Ich dachte gerade schon, die ist wie ich. Aber nein, sie ist perfekt. Ja, oh, traurig. Weiß ich, ein Bär. Unzackbär traurig. Vielleicht darf man keine Bärenkostüme in der Schule tragen. Hier haben sie ja gerade die Phase hier. Mhm. Die Bärenphase. So sieht das aus hier, oder? Wo ist denn das hier? Da. Ich bin ein Bär. In der Kindheitsphase. Sehr cool. Sie will immer das Kostüm tragen. Ich kenne den Urlaub, hatten wir schon. Yo, yo. Chaggy, du bist ja jetzt ein Mann-O-Mega. Ja, jetzt aber. Jetzt geht's aber. Vielleicht war er ein bisschen geübt hier, oder wie? Nach dem großen 2-Jahre-Special. Unter-Stabs-Feldwebel heute. Ja, wir gehen heute, ähm, ja, zum, zum, zum Bootcamp. Zum Fitness-Bootcamp, würde ich mal sagen. Und wir gucken mal, ob du hier, ja, Fettweck-Gruppe ist hier aktiv. Hier, da müssen wir aber sagen, wir müssen, ähm, erst mal hinreisen. Ja, wir reisen erst mal hin, dann machen wir das so. Leute, auf. Hier, alle ins Fitness-Bootcamp. Ab mit euch. Daniel hat fertig gebaut. Hier hinreisen und dann machen wir hier Versammlung starten. Und wir nehmen natürlich auch gleich nochmal unsere ganze Family hier mit. die wir hier eh schon haben. Damit die, ach, die Tasche aus dem Dschungelurlaub, kann man die auch auswählen. Dann lassen wir lieber, lieber mal die Hannah anruhe, die Alte da. Die müssen mit dem Patrick erst mal fertig werden. Die Tasche hat ja mit dem Dschungelurlaub gefunden. Vielleicht ist das was für Nova dann auch. Ach, toll. Da kann Nova die vielleicht mit, mitnehmen. Die Schreunerkatze aus Salvadorada kann man hier einladen. Das ist ja mal was. Mal gucken, ob das relativ enge Militär-Bootcamp, wegen den Parcours, ähm, ja, äh, dafür auch Platz gibt für die ganzen Sims hier. So, wir starten mal die Versammlung. So, sind alle unterwegs hier, würde ich sagen, oder? Yay! Hallo Nico, unser Star is Born hier. Jetzt gucken wir mal, ob ihr da reinkommt. Auf, Flirty Karotti. Wir machen hier mal das ganze Programm. Wir starten nämlich hier direkt hier. Herausforderung im Ausdauer-Klettern. Kann man da einmal da machen? Ja, nee, wir machen erstmal hier Klettern. Vertikale Steigung. Komm, Jackie, wir fangen an. Vor allem, das Wetter ist nicht zu heiß. Das ist in Ordnung. Du kannst dann auch mal danach dein Outfit in dein Sport-Outfit ändern. Wie wär's hier? Das da. Do it. So, wir gucken mal hier. Fitness-Axis war's. Gameplay-Objekt. Haben wir noch nie gemacht, Jackie, ne? So, das ist das Militär-Bootcamp. Das hab ich mal gebaut. Und könnt ihr euch angucken hier im Channel. Oder natürlich auch runterladen. Hier sind alles schon wieder aktiv. Heute ist Fett-Weck-Gruppentag hier in unserem neuen Militär-Bootcamp. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ja, Jackie, du musst ein bisschen üben hier. Pass auf. Nicht, dass du da unten eingesaugt wirst. Hätte ich mir Angst. Das geht natürlich nicht, aber man weiß es nie. Ja, nur die Roten hier, Jackie. Ja, nur die Roten heute. Ah, jetzt hat er die Grünen hier. Und der hält sich nicht dran. Nee, der hält sich nicht so dran. Er ist noch so ein bisschen Anfängermäßig hier, ja? So, Luna, was machst du hier? Luna, wo bist du? Du bist schon auf Level 2 hier. Schon beim Laufband unterwegs. Komm. Hier, mach mal hier zusammen hier. Mach mal hier alleine Training. Oh, nee. Das ist schon ein bisschen belegt hier von Dings hier. Von unserer... Oh, ja. Ja, dann musst du warten hier, bis Jackie fertig ist. Oder du fängst hinten an. Und das können wir natürlich auch machen. Dann kannst du hier mal sparen üben. Dann fangen wir hinten an. Dann machen wir den Parcours andersrum. Jackie, wie sieht's aus? Oh. Ja, gut. Okay. Komm, das reicht. It's okay. It's alright. Erste, erste hier komplettiert, würde ich sagen. Komm, brich mal ab. Wir scheuchen jetzt den Blue vom Laufband hier runter. Ja, du klettest ja immer noch. Wir müssen heute auch noch ab durch den River hier auch noch. Das Lila schon durch, durch den Cactus River. Das ist die zweite Challenge. Auf. Bootcamp Challenge accepted. Sonst kommen wir heute nicht voran. Ich hoffe, du bist noch grün hier. Nee. Hättest du mal ein Lunchpaket eingepackt hier. So. Laudica Roddy jetzt aber. Ja, dann geh halt da hin, wenn da es frei ist. Komm, Training. Die nächste Stufe. Das nächste Level auf. Ja. Du heute wieder in Vampir-Form hier, oder wie? Bist du da fitter? Ja, du kannst ja auch unendlich, ne? Du hast keinen Verlust hier an dem Ding. Wir werden alle wieder hier ein bisschen fitter, ne? Meine ganzen Sims. Ja. So machen wir das. Jackie, sehr gut. Wir haben gar nicht definiert, wie lange man da an jeder Station trainieren muss. Ja, oben ist nur die Abwehrstation. Zum Türmchen. Als nächstes musst du mal hier hinschwimmen, hier. Hier hinschwimmen. Hier hinschwimmen. So. Voll Müll hier. War wohl einfach. Ja, wir müssen mal so eine Jungs-WG oder sowas gründen. Das wäre toll. Ich bin auch die ganze Zeit am überlegen, das könnt ihr mir wieder mal schreiben. Soll die Hannah eigentlich zur WG ziehen? Soll wir die Golden Mansion aufgeben? Dann hätten wir nämlich einen fünften Haushalt, den wir frei gelegen könnten. Mit Noelle oder Juliane zum Beispiel. Die wären jetzt an der Reihe mal ein bisschen hier. Ich glaube, die Vampire halten wir zusammen. Also ein bisschen ist es so eine Vampir-Familie. Und dann fällt mir jetzt spontan eigentlich nur Noelle oder Julian ein, die dann einen weiteren Haushalt aufmachen könnten. Weil ich ja maximal mit fünf Haushalten spielen möchte. Ah ja. Jackie, komm, mach mal fertig hier. Mach mal fertig. Yeah. Die müssen ja ein bisschen was schneller machen, ihr Fitnesstrainerin. Du kannst aber mal ein bisschen selber Fitness machen. Also ich sorry jetzt mal. Nicht, dass sie irgendwie meinen, du bist fett, aber du als Fitnesstrainerin hätte ich schon als andere Erwartungen gehabt. Jetzt mal ganz ehrlich hier. So, Jackie, geh auf, ab in den Sumpf mit dir und dann geht's hier hin. Er muss natürlich schon hier hinschwimmen dann auch. Ja, nicht wieder außenrum latschen. Kommt noch zu einer, einer zu dir. Nicht an den Kakteen hier piksen. Da musst du aufpassen. Nova, was machst du? Hast du die Tasche schon gefunden? Wo ist die Tasche? Die Tasche, die müsst ihr hier irgendwo rumstreunern jetzt, oder? Guck mal, ob du die hier irgendwo siehst, hier die Tasche. Ah, ich glaub, die ist nicht da, ne? Doch, da ist sie doch, oder? Da ist sie doch. Die Luna hat sie gefunden. Oh, wie toll. Erstmal bürsten. Ah, das arme Viech, du. Nova, du musst die Tasche hier. Guck mal, die Tasche, die ist so goldig mit den Öhrchen. Oh, mit den grünen Augen auch noch. Die Streunerin aus Salvadorada. Guck mal, die passt zu dir. Die ist auch grün, zumindest die Augen. Ja, Mama. Hm? Schön, dass du auch schon schwimmen. So ein süßes Kätzlein. Oh, ist das knuffig. Oh, ist das knuffig, das Babykätzchen hier. Oh, Mann. Sehr cool. So, Jackie, bist du schon durch den River? Du bist schon in der nächsten Station. Sehr gut. Foxen, das ist die nächste hier. Ja, du kannst das doch, oder? Welches Level hast du denn eigentlich? Level 9. Guck mal, was schaffen wir jetzt sogar heute Level 10. Stella hat Level 5 erreicht. Sehr gut. Come on. Jackie, wir müssen zur nächsten Station, aber da ist noch nichts frei. Ja, alle hier mit dabei. Wir kriegen wieder unendlich viele Gruppenpunkte hier heute im Monometer. Heute kriegst du ein Autogramm von Niko. Nicht mal in Ruhe trainieren kann man da, aber natürlich kriegst du eins. So, Niko, willst du da nicht aufstehen? Dann können wir nämlich ran. So, ein schöner Sonnenuntergang hier hinten jetzt auch noch, ne? Schönes Abendrot. Dann ist es nicht so, ähm, dann ist es nicht so. Hier, der ist frei. Energie, kleines Training, komm. Jackie, schnell, schnapp dir das Ding. Dann haben wir ja ein bisschen weniger Sonne, dann wird es ein bisschen kühler. Ist, glaube ich, ganz gut, ne? Ja, ist sogar ein bisschen echt kühl hier. Ja, in der Wüste wird es oft nachts dann richtig kalt. So. Auf, Floddy, Kaudi, hier. Sehr gut. Geht es wieder weiter mit dem Krafttraining, mit den Boxen und so, ne? Ausdauerlauf hatten wir, ähm, beim, beim Laufband. Sehr gut. Hier, das andere machst du auch noch und dann kannst du hier weitermachen. Oh, die Nova macht hier, macht hier, ähm, Dings hier. Kommen, wir probieren mal zusammen Würfel aus. Das können wir mal machen. Ja. Oh, die Lina ist da. Hallo. Kannst du noch was lernen? Tanschen, Lila. Ne? Spielst du mit ihr? Spielst du mit ihr mit? Spielst du mit dem Chaggy vielleicht? Spielst du mit dem Chaggy? Chaggy. Würfel, Würfel ausprobieren. Mach das mal. Chaggy. weiter geht's auf Loddy Karotty hier. Zusammen Würfel ausprobieren. Komm. Komm, komm. Oh, die Reifen lässt er aus hier. Die sind auch nur Deko, ganz ehrlich. So, alle mal zusammenkommen hier. Rosie ist auch da. Jetzt wird hier getribbelt. Sehr schön. So, Daniel braucht von euch allen noch ein schönes Bild hier auch. Ja, Nico, du hast, du hast auch, äh, du bist auch nötig. Bisschen. Ich mag knuddelige Sims. Daniel braucht Screenies fürs Cover, Leute. Ja, sexy, sexy, Leute. Oh, Hannah, was guckst du denn so? Guckst du auf den Arsch, oder was? Guck mal, die guckt voll auf den Arsch hier. Ah, was für eine Nudel. Hannah, bist du schon wieder am nächsten dran jetzt hier, oder was? Bist du guckt? Bist du guckt? Ich finde das geil. Chaggy natürlich auch unser Held hier. Sehr schön. Der Held von Stranger. Wow. Oh, dich haben wir vergessen zu screenen, hier. Schauen und Screening. Ja, haha. Sehr schöne Pose. So muss das doch sein. Rosey, dich haben wir auch noch nicht. Ja, danke auch. Naja, gut, okay. Hast du getroffen, Chaggy? Wow, das ist schon ein Feuerball hier. Wer macht denn sowas? Chaggy hat's getroffen. Lass dir in die nächste Station. Last but not least, die Mutterpflanze. Befehligen üben. Das geht hier auch. Ja, wir machen das jetzt hier. Das gibt nicht wieder die Gruppenpunkte. Dann können wir uns echt mal wieder was Neues hier ausdenken. Beliebte Gruppe. Aber wir sind eine sehr beliebte Gruppe. Ja. Ja, ja. Beliebte Sport ist hier beliebt. Kreuzen, zacken hier. Wir haben alles hier. Größte Gruppengröße. Lustigkeitsbonus. Ne, das passt schon, ne. Alles ist hier gesellig. Wir haben dann hier den Bonus für Geschicklichkeitsboost und für Fitness natürlich. Wir könnten da noch uns einen Boost holen für... Was können wir denn noch uns holen? Jetzt haben wir schon Wellnessboost. Haben wir auch schon. Dann machen wir hier mal noch ein... Erziehung ist auch toll. Ja, eigentlich passt da gar nichts mehr, ne. Da ist alles kein Sport mehr. Sport haben wir schon. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen hier mal das nächste. Da haben wir auch schon alles in der... Wir haben schon alle Boni, Leute. Nightfever. Die ganze Nacht Party macht. Kann man das zusätzlich machen? Ja, kann man, oder? Sehr gut. Aber ja, dann können wir uns doch wirklich nochmal so ein paar Outfits auch uns hier holen, ne. Gruppenwimpel. Freundlichkeitsbändchen hier. Freundschaftsbändchen. Haben wir auch. Was ist das? Gruppentür. Treffpunkt. Sehr gut. Da können dann keine anderen rein hier, ne. Oh, jetzt ist schon wieder... Jetzt ist schon wieder Ende Gelände hier bald, ja. Jetzt ist schon wieder aus. Sehr schön. Das gefällt mir jetzt. Check it, du bist getroffen. Weiter geht's. Auf, Lottika, Roddy. Rosie, du bist ja doch da. Du portest dich nur wegen dem... Wegen dem, ähm, Dings hier. Wegen dem... Wegen dem Spiel. Na? So. Lea, haben wir dich eigentlich auch? Ich weiß nicht, ob wir dich gescreent haben. Passt auch wieder nicht alle aufs Cover hier. Alle mit dem Ball. Check it. Ferris. Komm, next one. Ich würde mal sagen, wir haben die Challenge jetzt gleich complete, wenn du das letzte hier hast. Come on. Und dann geht's ab in die Bar. So. Sie wissen ja natürlich nicht, ob sie die anderen auch an das Ding hier gehalten haben. Hey. Wo gehst du hin hier? Du musst es doch noch machen. Ein Alien. Ja, vielleicht sucht die ihr Raumschiff hier, dass sie abgestürzt ist. Das kann nämlich gut sein, dass die das hier sucht. Guck mal, wie klein die Aliens das sind in dem Ding. Das sind ja Baby-Aliens. Das ist ja witzig. So, jetzt aber hier. Wow. Das kann er hier, ne? Das kann er. Mutterabpflanze. Attacke. Toll. Komm, wir machen das hier noch bis Level 10, ne? Dass die die Preisverlehrung auch verdient. Wir gucken mal, ob in der Bar was los ist. Da können wir mal rein zoomen. Gehen wir mal rein in die Bar. Uh. Stella, du kannst mal hier gucken, ob du hier noch die Beweise... Oh, der Strom wird wieder abgestellt. Ob du noch die Beweise suchen kannst, können wir da mal ein bisschen weitermachen. Aber du hast schon 15 Beweise. Oder lass es liegen für den nächsten? Heimdossier zusammenstellen. Wie kannst du das denn machen? Jetzt haben wir Beweise. Klicke auf dein Inventar-Dings. Ah. Die Heimdossier zusammenstellen. Oh, cool. Da müssen wir jetzt in die Heimdossier. Aber Sky, du bist ja schon da. Mit wem redest du denn? Wir engagieren mal im Mixer. Komm, wir brauchen mal jemanden, der uns das hier macht. Ja. Da können wir hier ein bisschen chillen. Oh, dir geht es nicht so gut wie da. Haben wir noch Medizin? Du brauchst eigentlich die Heilungsmedizin, ne? Haben wir auch nicht. Hat Luna noch Medizin? Oh, nix. Oder was? Keine Medizin hier im Inventar. Oh, unsere Dschungel-Ausbeute müssen wir auch nochmal. Kauft euch mal ein paar mehr. Ich dachte immer, wir haben dann was. Aber nein. Alle holen sich eine Popcorn hier. Erstmal Schlüssel. Wo ist jetzt der Mixer? Oh, ist der hier noch da draußen? Komm mal alle hier hin. Alle mal hier hin. Zusammen hier hingehen. Oh nein. Die Nova ist ja auch krank. Kannst du dich an Tasha da ange... Ange... Äh, 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 ja. Kannst du jetzt dein Bärenkostüm anziehen? Das passt jetzt nach dem Sport. Kannst du nicht mehr? Ist deine Kindheitsphase vorbei? Kannst du nicht mehr. Ist, glaube ich, schon vorbei, oder? Nee, ich bin ein Bär. Oh nein. Du bist in Lachkrampfkrankheit hier. Albern wegen Krankheit. Jackie! Bist du fertig? Nee, noch nicht. Aber wir gehen jetzt an die Bar. Komm, zusammen hier hingehen. Ähm, Getränk für die Runde hier bestellen. Oder wie machen wir das? Mehr Auswahl. Getränk bestellen für alle. Geht das nicht für alle? Getränk bestellen. Für Gruppe, ganz genau. Und zwar gibt's heute ein Wasser. Ein Mineralwasser, immerhin. Es gibt ein Mineralwasser. So, Getränk bestellen. Getränk bestellen für die Gruppe hier. Auch hier ein Mineralwasser. Wir hätten gerne alle Mineralwasser. Oh, Rosie hat wieder extra Plasma-Chain hier wahrscheinlich, ne? Dann, glaube ich, dir gleich hier. Wirklich mal. Ist ja schon was gekrallt hier für alle. Yeah, hier gibt's sogar Ruhm. Sehr gut. Aber unsere Luna ist wieder unbekannt, ne? Also ich mein, der Ruf ist zwar immer noch gesteigert. Ja. So, wer will da trinken hier? Auch alle nochmal. Ah, das ist die Flasche her. Guck mal, hier ist ein Mineralwasser. Vielleicht die mich immer als schöne Deko hier nehmen. Toll. Hola, Senoras. Werden wir alle trinken Wasser? Kommt, krallt euch das Wasser. Krallt euch das Wasser. Habt ihr euch verdient. Viel trinken hier in der Hitze, ja? Ist ja irgendwie ein Eisen, der drüber... Toll. Oh no. Aber wir hätten hier vielleicht noch ein Ei. Aber Eis ist ja wieder... Dann werden die alle wieder fett hier, was? Was, was? Sehr beschämt. Rebellisches Mitglied, weil Gruppenaktivität nicht ausgedurchgeführt hat. Peinlich berührt wegen Verletzung der Privatsphäre. Was soll ich denn? Nicht trinken, oder was? Nee, nichts essen solltet ihr. Und singen solltet ihr nicht. Hast du gesungen? Oh oh. Hast du gesungen? Komm, Jackie, mach nochmal Endsport. Episches Training. Ja. Episches Training, das machen wir jetzt. Komm, episches Training. Brauchst nicht nochmal in Glas, ja. Ja, nochmal machen wir mal Getränke für alle. Ja. Dag, dag. Ja, ja. Aufs Cover kommt natürlich nicht dieser Barausschnitt hier hinten ganz schön zu sehen, sondern aufs Cover kommt unser Fitnessprogramm hier, ja? Oh, ich muss aufs Klo. Muss ich auch nicht wieder draußen, dein Klo hier draußen. Das ist toll, ja? Komm. Raus mit euch. Habt ihr euch mal wieder ein bisschen, ähm... Hast du dich jetzt angepisselt? Irgendjemand hat sich gerade angepisselt. Ja. Oh oh. Peinlich berührt hier. So. Auf. Jetzt komm. Level 10 schaffen wir noch. Du bist noch Energie geladen. Das muss hier, das läuft hier. Guck mal. Frische Luft. Dekoriert. Und sonnige Aussichten wegen Grundstücksmerkmal. Der ist da sehr hungrig und ist müde. Oh, Motorik. Was machst du denn mit Motorik hier? Kannst du dir dein Bärchen anziehen jetzt? Wieso kannst du dein Bärchen nicht anziehen? Guck mal, ob wir es da finden. Ist da dein Bärchen-Outfit? Hast du auch nicht. Aber das war doch hier eine Interaktion direkt, oder? Aktionen. Mach mal, mach mal die Runde verlassen. Kannst du es dann machen? Nee. Tagtreu. Mach das mal. Wieso kannst du das Outfit nicht ändern, Mensch Mädchen? Naja, gut. Und wie sieht es aus, Jackie? Komm, ein bisschen noch. Gepisch. Ja. Zieh, zieh, zieh durch. Wir wollen dich auf Level 10 sehen. Dann kannst du den, dann kannst du den Ding mal hier, den, äh, den Ding mal hier. Dann kannst du mal den Julian trainieren, oder? Ja. Können wir mal gucken. Die Kleegeist. Da müssen wir jetzt auch nochmal ein bisschen was hier rücken. Die Gruppe, äh, Gruppe vergrößern. Jetzt sind es nämlich noch mehr, Jungs. Gut, die Lila, die scheidet bald aus, aber. Vielleicht können wir da. Nee, Blue ist nur berechtigt. Ach, scheiße. Da kann man das nicht machen, dass jeder einladen kann. Und Hannah. Hannah, Hannah und Blue sind nur die Lieders. Und bei den Ladies? Die Ladies, dass, äh, dass Luna die Liederin. Ja. Ja, passen da nicht mehr Sims rein. Komm, Jackie. Schaffst du noch? Ah, jetzt ist er unwohl. Shitake. Komm, noch ein bisschen. Zieh noch ein bisschen. Guck mal, der Balken ist hier gleich ganz grün. Komm, komm, komm. Level 10 Fitness. Fitness, Fitness, Level 10. Sieht auch bei der Nacht cool aus, ne? Mit den ganzen Lampen da. Voll toll. Uh, und in der roten Hölle hier. In der orangenen Hölle. Das stinkt schon wieder. Oh, Luna hat sich auch verausgabt. Ja, wer heute nicht stinkt, der hat nicht richtig Sport gemacht. Luke, okay, du hast die Ausrede als Vampir. Mit deiner Hygiene. Aber, aber sonst. Jackie, komm. Oh, Lina ist ja auch da. Ah, Lina ist ja auch da. Lina zur Liegestütze einladen machen hier. Lina, auf Liegestütze hier. Nicht zugucken. Nun, was ist denn das mit Tasha? Wo hast du denn die Tasha jetzt hier? Da, hör mal auf hier mit dem. Hör mal auf hier mit dem, äh, äh, äh. Spielen da. Da muss man nach der Tasha gucken. Wo ist denn das arme Mäuschen? Das nehmen wir wieder mit nach Hause, oder? Können wir das Kätzchen hier noch finden? Oder ist die wieder ab nach Salvadorada zurück nach Hause gelaufen? Weiß man nicht. Also ich finde das Kätzchen nicht. Lusi wartet schon draußen. Kein Bock mehr. Nico schwimmt noch. Mit wem schwimmst du denn da? Ah, ist ja schon wieder unwohl, alle. Oh, das ist die verrückte Militär-Tussi. Ne, Militärpersonal, sag ich doch. Chaggy! Oh nein, das ist echt nicht geschafft jetzt, oder wie? Level 9, äh, XY. Okay, kurz auf Clou. Ah, dann machen wir nochmal Endspurt hier. Aber wirklich volle Kanone. Wer Level 10 Fitness sein will, der muss leiden. Hm. Komm, hast du mit Nico noch was hier? Hast du mit Nico noch, ähm... Äh, 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 kann man da auch nochmal irgendwas hier? Kann man nicht mehr, ne? Naja, gut, okay. Dann machst du jetzt nochmal Bock. Geht auch nicht. Ah, man kann die Aura noch aktivieren. Das ist toll. Ist das alles energiegeladen hier auch. Von der Stimmung her. Training. Zusammen Training. Komm, Leute, Endspurt. Floddy-Karoddy jetzt. Ah, das ist alles fliegen hier. Nova, also du bist halt auch wirklich in, in, in Sau-Sauerei hier. Ja, Sau-Kinn. Kannst du da drin duschen? Kannst du da wirklich duschen? Geh mal duschen. Mann, Mann. Komm, 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 das schaffst du noch. Was denn? Nicht pieseln jetzt, Shaggy. Och, Shaggy, wirklich mal. Ja, komm, wer schafft das nächste Level noch? Shaggy, bitte. Floddy-Karoddy hier. Das Plus steigt hier schneller dank den Kuppenvorteilen. Ja, und du hast hier sogar, guck mal, eine Stunde an die Grenzen gehen mit Energiegeladen. So, wir nehmen das nochmal. Yay, maximierte Fähigkeit. Shaggy kann jetzt anderen Fitness unterrichten. Da bist du hier der Trainer, oder? Ja, jetzt ist, jetzt ist, ähm, jetzt ist gut. Jetzt ist Ende Gelände. Wir probieren das nochmal aus mit dem, mit dem an die Grenzen gehen mit Energiegeladen. Aber du bist gar nicht mehr Energiegeladen. Du musst jetzt wirklich pieseln. Du musst jetzt echt pieseln hier, Jungschen. Geh mal erst pieseln, Mensch. Geh mal erst pieseln. Und dann gibt's noch bestimmt noch den Popcorn hier. Da müssen wir schon nichts mehr kochen heute. Achso, das darf man nicht, ne? Oh, man darf nichts essen. Wie fies. Wie fies das ist. Ui. Das ist die Tasche verloren, Mädchen. Komm, wir probieren mal, ob wir nach Hause reisen können mit der Tasche. Nicht schon wieder das böse Zeug hier. Mann. Es gibt negative Charakterwerte hier. So, wir gucken mal, ob wir da, können wir die Tasche mitnehmen. Guck mal an. Die Mama und den Papa nehmen wir auch mit. Sky and Stella natürlich auch. Du auch? Du magst ja nicht. Bisschen rot, ne? Ja. Ab nach Hause mit euch. Die Tasche, da will ich jetzt nochmal ausprobieren. Das wär toll, wenn die zu uns kommt. Und ist unser Haushalt, glaub ich, voll, ne? Kann das sein? Oder kann das sein? Soll, die müsste ja auch mitkommen, wenn Hannah dann auszieht, wenn Lila gestorben ist. Ja, alles hat ein Ende hier. Wir haben noch am Platz 6, sondern 7, 8, ne? Ja, müsste reichen. Oh, ja, alles stinkt. Ja, ihr geht mal duschen. Du bist ja noch hier, ähm... Bist ja noch hier ein bisschen hier fit, oder Nova? Mal ein bisschen mit dir reden auch. Vereinigung von Artefakten, er hat wieder was geschickt hier. Ah, schönes Kätzchen, süßes Kätzchen. Ähm, freundlich. Leckerli geben. Sieht zwar aus wie das Loch Nass Monster, aber ich bin eigentlich so, wie so ein Pferdchen fühle ich mich mehr. Ah, wir haben dich ja in Salvadorada gefunden. Schön, dass du hier gekommen bist. Bist schöner als die Statuen hier. Ich stehe doch nicht, wie angewurzelt da ist. Dann sollte ich die Polizei ab hier, aber einiges groß ist, die an's Schweizer Welt. Mit Katzen leider nix. Ich will Liebe. Ja, dann wirst du jetzt hier gleich mal kennengelernt. Du wirst kennengelernt. Liebe, Liebe. Liebe, Liebe. Ach, wie toll, oder? Kätzchen sind schon toll. Nova ist scheu. Äh, Tascha ist scheu hat Nova kennengelernt. Mal gucken, ob wir die dann irgendwann mal dazu hier noch ein bisschen einladen können in den Haustal. Wäre natürlich toll, wenn die kleine Nova eine kleine Tascha hätte. Laserpointer spielen. Verspielte Tiere lieben Spielzeuge gegen verspielten Tier. Oh, wie schön, ihr zwei hübschen. Ihr seid zu knuffig, oder? Sind die knuffig oder sind die knuffig, die zwei? War die Tascha nicht eigentlich ein kleines Kätzchen noch in Salvadorada? Ich weiß es nicht mehr genau. Hattest du Hunger? Oh, dröstliche Umarmung. Hallo Katze, Katze, Katze. Jetzt aber, oder? Können wir dich jetzt hinzufügen zur Familie? Äh, küssen können wir doch machen. Äh, wie schön. Guck mal das Kätzchen an. Äh, die Katze mag dich nicht so arg, wie du sie magst hier. Ist er immer noch traurig wegen dem Bärchen hier. Ist dir kalt? Wieso kannst du dein Ding hier nicht anziehen? Weinen. Oh nein. Ich glaube, das geht noch nicht. Die müssen wir nochmal einladen hier, ne? Hm, leckerli geben. Wie ist denn die Beziehung? Wie weit bist denn du da? Guck mal, das ist doch schon hier sehr gut. Wir müssen dich erst nochmal ein bisschen mehr kennenlernen, damit das geht. Ich kann mir mal die Probleme gestehen. Ich bin voll traurig, weil ich kein Bär bin und Daniels nicht checkt, wie ich mich umelde. Umelder in ein Bärchen. Da ist doch nichts hier. Aktionen. Protzen, das ist da auch nicht drin. Outfit ändern ist auch kein Bärchen. Siehst du mal, dein kaltes Outfit ankommen. Ich geh bald hier in die Schule mit dem Schulbus. Der kommt immer dann leer, nicht ganz viel. Ich bin in Mathe vorher gut. Ich bin kein Privat oder sowas. Nee, nee. Und ich hab auch noch nie ein Pflaster gebraucht. Ja, gib mir mal lieber Essen hier und labern nicht rum. Ja, komm, gibst du mal nochmal Essen. Küssen. Was haben wir das jetzt noch? Bitte. Ich will das hier noch hinzufügen. Die Tascha ist doch gar nicht Streunerin mehr. Aber im Dschungel war die Streunerin. Hm? Mama, ich mag Laserpointer. Ja, du arme Vieh. Komm, kriegst du Laserpointer. Kennenlernen. Jackie, bist du bei der Arbeit oder war das los hier? Macht ihr euch fertig? Geht ihr zur Arbeit? Sehr gut. Sieht doch gut aus hier. Was ist mit anderen Spa nicht begonnen? Ja, scheiße mit anderen. Daniel lesen richtig hilft, ja. Mama. Kann man, glaube ich, nicht dann hinzufügen, wenn da nicht Streunerin steht, ne? Oh nein. Toll, Patrick ist hier auch noch. Ach, wie toll. Jackie ist zur Arbeit. Alle, alle, alle schlafen, alle Arbeit. Das war's für heute hier im Let's Play. Wieder ein bisschen längere Folge heute. Sehr cool. Nächstes Mal geht's weiter mit unserer Family. Oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Falls ihr noch mögt, dann ganz viel Spaß. Bis denn. Ciao. Ciao.